Hallo, mein Name ist Thomas Siebert und ich möchte euch heute ein Produkt aus unserer Gabionen-Serie vorstellen. Die Gabione Jumbo. Die Gabione Jumbo bieten wir in zwei Breiten an, meterbreit bzw. zwei Meter breit hinter mir. Die Gabione Jumbo besteht aus 6 bzw. 8 mm Stäben, ist komplett feuerverzinkt nach DIN ISO 1461. Und Besonderheit ist, dass die Distanzhalter ebenfalls schon eingeschweißt sind. Die Gabione Jumbo bieten wir als Komplettset an, das heißt es sind schon mit dabei die beiden Pfosten und die U-Bügel. Diese Gabione eignet sich dann zum Einbetonieren. Wir haben auch die Möglichkeit eine Gabione aufzudübeln, und zwar mittels unserer Fußplatten. Die eingeschweißten Distanzhalter oben bzw. auch die stabilen Distanzhalter und auch gleichzeitig Pfostenhalter bieten eine unheimliche Formstabilität beim Befüllen oder auch später, wenn die Gabione steht. Die Gabione Jumbo hat eine Tiefe von 25 cm. Die Gabionenhöhe variiert bei uns zwischen 1,80 m und 1,80 m zum Aufdübeln und bis zu 2 m zum Einbetonieren. Die Montage von Jumbo gestaltet sich recht einfach. Die mitgelieferten Pfosten können einfach unten an den U-Bügeln gelöst werden und dann ins Fundament eingebracht werden. Die Gabione Jumbo bietet ebenfalls die Möglichkeit als einzelnes Element aufgebaut zu werden oder im Verbund für eine Gabionenwand. Genauso habe ich die Möglichkeit, die einzelne Gabione dann an den Gitterstabzaun anzuschließen, einfach mittels der Klemmverbinder. Die Gabione Jumbo ist eine einfache, unkomplizierte und schnelle Lösung für den Bau eines Gabionenzaunes. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert und sage einfach bis demnächst. Bruk UEFA An本agius mr, 2022 0 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020